Sie sind die erfolgreichste Band aller Zeiten, das wohl größte Musikphänomen der Moderne. Ihre Musik hat die Gefühle und Erinnerungen einer ganzen Generation geprägt. Von wem kann also die Rede sein? Natürlich von den Beatles. Let It Be, die neue Show im Admiralspalast, lässt die unglaubliche Erfolgsgeschichte der Beatles in einem einzigartigen Live-Erlebnis Revue passieren. Ich möchte keine Überraschung vorweg nennen. Ich finde, die Kostüme und Sets sind fantastisch. Wir führen das Sgt. Pepper Album vor und es ist, als ob das Album am Leben ist. Es bewegt sich auf der Bühne, sobald der Vorhang hochgeht. Das ist jedes Mal ein großartiger Moment. Ich denke, was die Fans erwarten können, sind die verschiedenen Szenen der Beatles über die Jahre hinweg. Also die verschiedenen ikonischen Szenen. Man hat zum Beispiel verschiedene Alben und Abschnitte in der Show und auch Looks, Szenerien, die Beatles-Fans im Einzelnen erkennen werden oder worüber sie sich freuen werden. Ja, ich denke, ich bin ziemlich begeistert, alle ihre Lieblingsparte der Beatles-Karriere zu sehen. Das Publikum wird auf eine Reise mit der Beatles-Zeitmaschine geführt. Auch die zuletzt produzierten und noch nie gespielten Songs werden in Let It Be Live präsentiert. Erleben Sie also die legendären Pilzköpfe noch bis zum 16. November im Admiralspalast. Untertitelung des ZDF für funk, 2017